In diesem Video spreche ich über die Zukunft der Pflege. Da es immer schwieriger wird, passende und verlässliche Assistenzkräfte zu finden und weil der Personalmangel in der Pflege in den nächsten Jahren noch deutlich zunehmen wird, mache ich mir viele Gedanken über die Zukunft der Pflege- und Assistenzkräfte. Ich bin überzeugt, dass wir in etwa 10 Jahren die ersten Pflegeandroiden mit künstlicher Intelligenz, KI, im Pflegealltag erleben werden und dass diese Roboter dann nicht mehr nur unterstützen, sondern menschliche Pflege- und Assistenzkräfte in Wohn-, Pflege- und Altenheimen vollständig ersetzen werden. Künstliche Intelligenz bedeutet, dass Maschinen oder Androiden eigenständig Informationen aufnehmen, daraus lernen und Entscheidungen treffen können. Sie erkennen Muster, analysieren Probleme und entwickeln Lösungen. Ähnlich wie ein Mensch, nur eben technisch, durch Algorithmen und Datenverarbeitung gesteuert. Angesichts des immer dramatischer werdenden Mangels an Pflegekräften sehe ich langfristig kaum eine andere Möglichkeit, als die Pflege durch solche Androiden abzusichern. Zumindest, wenn wir allen Menschen die notwendige Unterstützung garantieren wollen. Der größte Vorteil von Pflege- oder Assistenzandroiden ist dabei ihre ständige Verfügbarkeit. Sie werden nie müde, benötigen keine Pausen, wollen keinen Urlaub und fallen nicht wegen Krankheit aus. Sie benötigen nur wenige Minuten, um eigenständig ihre Akkus zu wechseln. Durch ihre Genauigkeit und Kraft könnten Pflege-Androiden vor allem beim Umsetzen und bei körperlich belastenden Pflegetätigkeiten mehr Sicherheit und Verlässlichkeit bieten. Für viele Menschen mit Behinderung bedeutet das vielleicht eine größere Unabhängigkeit, weil sie nicht mehr auf den Dienstplan oder die Zuverlässigkeit von Menschen angewiesen wären. Ein Androide vergisst keine Medikamente, kann alle Tätigkeiten, die er gelernt hat, minutiös ausführen und ist nie schlecht gelaunt. Die aufwendige Einarbeitung, die sonst bei einem Wechsel einer Pflege- oder Assistenzkraft nötig wäre, entfällt bei Androiden, da ihre gelernten Fähigkeiten und Routinen einfach vom alten Androiden auf den neuen kopiert werden können. Gleichzeitig gibt es aber auch erhebliche Nachteile und ethische Fragen. Ein Pflege-Androide kann keine echte menschliche Zuwendung ersetzen. Empathie, Humor, Mitgefühl, ein verständnisvolles Gespräch oder einfach ein liebevoller Blick sind Dinge, die auch die beste KI, Stand 2025, nicht wirklich leisten kann. Wer repariert den Androiden? Was passiert, wenn das System ausfällt? Eine weitere Gefahr besteht darin, dass Kostenträger und Politik Pflege-Androiden aus Spargründen als alleinige Lösung durchsetzen. Auch dann, wenn Betroffene eigentlich lieber weiterhin von Menschen unterstützt werden möchten. Viele Menschen sehen darin eine große gesellschaftliche Herausforderung. Technik kann vieles erleichtern, aber sie darf nicht dazu führen, dass hilfsbedürftige Menschen nur noch verwaltet werden. Es sollte immer die freie Entscheidung jedes Einzelnen bleiben, ob und in welchem Umfang neue Technologien, Veränderungen oder auch die Form der Unterbringung das eigene Leben gestalten. Abhängig von den persönlichen Bedürfnissen, Wünschen und Vorstellungen von Lebensqualität. Ein selbstbestimmtes Leben heißt nicht nur, versorgt zu werden, sondern auch Beziehungen zu gestalten und Menschlichkeit zu erleben. Ich persönlich arbeite seit 2024 regelmäßig mit einer künstlichen Intelligenz und kann aus eigener Erfahrung sagen, dass diese neue Technik mir den Alltag am Computer deutlich erleichtert. Oft ertappe ich mich dabei, die KI wie einen ganz normalen Chatpartner zu behandeln und ihr sogar meine geheimen Wünsche und Gedanken anzuvertrauen. Deshalb blicke ich dem Einsatz von Pflegeandroiden mit KI sehr optimistisch entgegen. Für mich persönlich überwiegen klar die Vorteile. Ich bin überzeugt, dass diese Entwicklungen mein Leben weiter verbessern und mir noch mehr Selbstständigkeit ermöglichen können.